Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu No Man's Sky auf dem brühend heißen Planeten hier. 59 Grad haben wir gerade. Ab hier rein, ich hoffe ihr habt eine Klimaanlage. Okay, das ist jetzt der Sendemast oder Sendeturm. Gucken, bereits bekannt. Das haben wir glaube ich sogar schon installiert gehabt. Enzyklopädie, Gagwort für Aufhalten gelernt. Und Meilenstein, wenn ich das richtig höre. Der uns aber gerade nicht angezeigt wird. Da wird uns angezeigt. Universalübersetzer, 100 Gagworte haben wir schon gelernt. Okay und du? Antenne. Das Kontrollterminal flackert auf und ein gedämpfter Notruf wird vom System abgesondert. Wenn ich seine Frequenz bestimmen kann, indem ich die Verschlüsselung knacke, könnte ich vielleicht das Schicksal des armen Piloten enthüllen. Das schleppende Geräusch. Da krieg ich eine Motoren und die barriere Alien-Later, die ich vernehme. Sprechen eher für ein böses Ende. Sieht mal nach einem abgestürzten Raumschiff aus, ne? Was will der von mir? Okay, das ist... Das ist... Fünf? Müsste das vier sein, ne? Vier mal acht oder 24 geteilt durch vier. Werden bei mir acht da. Kein Signal gefunden. Hä? Was habe ich falsch gemacht? Nein! Ach man, ich Idiot. Ja, vier und sechs. Äh! Mann, aufgeregt und äh. Ja, natürlich. Vier mal sechs ist 24. 24. Das ist mir jetzt ja ein bisschen peinlich. Ach man. Ich sag sogar noch mal vier und mach trotzdem die acht. Naja. Naja, jetzt kann ich's nicht ändern. Jetzt wisst ihr Bescheid. Mathe ist nicht mein Ding. Nein, doch. Eigentlich schon. Deswegen ist es ja noch viel ärgerlicher. Mann. Ich will da jetzt... Ich will da jetzt rein. Wird es irgendwann wieder freigeschaltet? Ich guck nochmal. Ach guck mal, man kann ja gleich nochmal machen. Äh, denn ist ja billig. Ja, sechs. Schneide ich das raus und zeige euch nur das zweite Mal. Ach. Oh, bei den Korvax hat es sich verbessert? Das ist nur... Was ist denn da so rundherum? Ach, das ist der Krater. Abgestütztes Schiff. Dann sehen wir jetzt mal ein Schiff von den Korvax. Haben die andere Schiffe? Oh. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Den Korvax. Von denen haben wir ja noch nie jemanden getroffen, ne? Oh, neues Raumschiff. Ich bin gespannt. Ob wir es ausschlachten oder ob wir es behalten werden. Oh, da bin ich beinahe gegen die Antenne gecrashed. Da hinten. Nicht mehr weit. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich sehe nichts. Ah, viel zu schnell, Junge. Und? Sieht anders aus. So viel Zeit muss sein. Komm, wir pirschen uns ja jetzt ran. Ob da auch keiner mehr ist. Ich sehe keinen. Seht ihr jemanden? Kein Sniper. Okay, komm, wir gehen mal da hin. Vorsicht. Der sieht größer aus als unser. Oder? Ne, der ist einfach nur länger. Also so oben länger. Zeig mal. 16 Plätze hat der. Vergleichen wir mal. Wir haben 15 Plätze momentan. Interessant. Hyperantrieb hat er auch drin. Natürlich wieder alles kaputt. Das müsste man dann erstmal wieder alles reparieren. Das ist jetzt alles reparieren. Das ist es mir nicht wert für einen Inventarplatz. Nee. 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 Definitiv nein. das schiff wurde offensichtlich von einem überlegenem schiff abgeschossen in seinem inneren sind überall verbranntes metall und trümmer es sieht so aus als würde es jeden moment auseinanderbrechen ja toll und sollen wir uns nehmen das schiff behält während ich zum cockpit gear weiß wir sind hinten an irgend so einer kapsel und cockpit wo die blackbox bilder über den zweck des schiffes und seinen letzten moment projiziert letzten moment projiziert das diplomaten schiff wurde von einer kriegerrasse angegriffen wahrscheinlich von den gag es gab schon geringe auslöser für einen krieg dieses schiff wird von seinem volk wahrscheinlich aus schmerzliche vermisst wenn wir das rettungssignal verstärken dann finden die corvax den und dann kriegen wir bestimmt corvax dazu das machen wir mal das rettungssignal wird stärker ich erhalte sofort eine belohnung von denn ansehen bei den gag hat sich verbessert okay dann war es ja doch gut ich dachte die geg haben es abgeschossen die sind doch so das kriegericht erfolg haben wir hier bereits bekannt so dann zeigt mal den exo anzug eben können wir da ein bisschen platz machen was haben man hier drüben tamium platin und nickel weiß was das nickel machen wir mal weg das gold würde ich nämlich ganz gerne einlagern nein jetzt habe ich es aufgelöst gott 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 tamium hatten wir drüben dann können wir das oh gott wieder da bei uns rüber platin hieridium kommen wir hieridium kann weg platin brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt die beiden dinger behalte ich weil damit können wir ja aufladen und das hier ist eine ganze menge deswegen habe ich das mal rüber transferiert so platin hätten wir da auch gehabt dann hätten wir das ja stecken können und das bisschen tamium kann jetzt hier weg dafür können wir ja zum beispiel diese maske darüber packen können wir gar nicht können wir zerlegen oder aufladen und dann behalten wir die erstmal das eisen behalten wir auch hier dann so eine figur mal darüber dann du dich laden wir gerade mal auf weil jetzt kommt ich muss hier mal eben ach scheiße das können wir warum habe ich das denn da unten gebaut kann man das denn nicht irgendwie sortieren ich will das woanders hin ach es geht nicht so wir schlachten das schiff wieder aus wir nehmen das jetzt vergleichen und sagen ja gehen da rein und zerlegen alles zumindest das was wir zu liegen können das 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 ah ne das wieder reparieren 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 zerlegen so lohnt sich das denn überhaupt das lohnt sich nicht mal kriegen wir hier ein bisschen kupfer weisen hier zingen können wir jetzt mitnehmen mal rüber tja es lohnt sich echt gar nicht iridium iridium kupfer platin nee komm es können wir eigentlich auch sein lassen vielleicht wenn da mal irgendwelche richtig geilen bauteile drin sind aber so an sich lohnt sich jetzt nicht schön gereimt so wo ist mein schiff irgendwo hier hinter ist geparkt oder von wo sind von gekommen hier hinter da ist es ah Gott das darf man dann nur nicht vergessen warum heißt denn das mittlerweile lort äh lort hieß das nicht mal anders vergleichen annehmen ja ich will mein schiff wieder haben auch jetzt heißt das anders ok 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 startschubtüse es war klar dass das nicht reicht ach guck mal da das ist ja kohlenstoff kennen wir dich schon nee jetzt kennen wir dich ich die eier können wir die auch skinnen habe ich schon mal probiert glaube ich na kann es ja echt jeden felsen der anders aussieht skinnen jetzt ein bisserl übertrieb so und wo finden wir jetzt plutonium nicht ja wir sollten vielleicht das ding mal hier aufladen ach ist er aufgeladen ähm ach quatsch ist er noch ist ja noch ganz viel platz nach oben so machen wir nochmal hier nein ich drücke mal den falschen knapp hier war doch irgendwo ach hier vor augen auf ja ja keine angst ich tue ich nix was ist das denn titan ne können wir das nehmen wir noch mit zum aufladen voll entwickelt rational zugänglich das ding aber voll entwickelt na dann kommt es aber nicht weit in der evolution ja diese schatten immer hier denn auf zu der was ist denn das blaue da das blaue was uns da angezeigt wird habe ich da irgendwas übersehen vergessen hä da war doch gerade irgendwas blaues unterschlupf warum war denn das so blau gerade eben wir fliegen mal zu dem unterschlupf obwohl die ruine da waren wir ja schon bei der ruine waren wir da schon ne da waren wir noch gar nicht da waren wir doch noch gar nicht was erzählt der denn da war hier gerade wasser habe ich das richtig gesehen das müsste ja fast kochen hier ist kein wasser was ist denn das blaue hier überall ist das hieridium in der erde in den bergen oh guck mal hier da lande ich auch mal eben nein zu früh drei minuten so lange brauche ich da noch nicht hin oh eine minute ist mir zu lange ich fliege weiter ist mir zu heiß einfach hier draußen können wir auf dem dach landen wenn wir versuchen ne der fliegt dann so lange weiter bis er einen untergrund hat oh das ist ein biolabor okay das sieht aber diesmal anders aus irgendwie sahen die bubble da drin diesmal blau aus blaue bubble oh ich hab dich gesehen ja guck mal das ist denn das blaue was hier angezeigt wird wie komisch was zeigt er denn da hin da hinten das ist das blaue da müssen wir danach dann mal hin wie viel fehlen uns noch vier stück vier tiere bräuchten wir hier noch jetzt gucken wir uns das hier erstmal an hallo das sieht anders aus eh guck mal wie das noch so wabert sind das hier eine krankenstation gesundheit auf maximum gibt es hier was schild wieder herstellen mensch hier haben wir ja alles okay und noch eine irnsteklopädie gegwort für erforderlich gelernt so dann erzähl mal was dich befallen hat nutzer identifiziert terminal jetzt aktiv datenprotokoll zur analyse freigegeben wer sind diese Wächter sie tauchen auf unzähligen Welten auf ohne berufen zu werden und ohne jemand vorzuwarnen sie durchqueren die Galaxie und zwingen jenen empfindsamen Wesen dass sie finden ihren Willen auf wer hat sie es schaffen warum kontrollieren sie die Sterne und verlangen dass wir uns ihren Stillen regeln wollen das Ziel des Experimentes war es Antworten auf diese Fragen zu finden es begann auf einer unerforschten Welt unter einer blau-weißen Sonne weit entfernt von den Achsen der Zivilisation die ersten Drohnen schrien als sie aufgeschnitten wurden ja, 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 ja genau das habe ich ja auch schon mal gefragt der geverschützte Datenprotokoll des dorten Reisenden das habe ich mich ja auch schon gefragt wer diese Wächter sind äh ah, ist aber Erweiterung sehr gut können wir länger schwimmen oder länger die Luft anhalten das hatte ich mich ja auch schon gefragt wer diese Wächter sind dass die ja anscheinend irgendjemand geschaffen haben muss wie die hier ist mein Raumschiff schon wieder guck mal er scannt da einfach ich scanne mal mit guck mal er scannt hier alles ab nicht, dass der das dann umbenennt und hochlädt und uns die Crates klaut wo habe ich denn jetzt mein Schiff abgestellt, Leute? erstmal den da und dann fliegen wir da zu dem blauen neue Technologie endlich mal wieder ein Phasenkühlmittel-Titer warte mal ich wollte auch mal gucken wir haben ja jetzt hier in den Multi-Werkzeugen auch ein bisschen mehr Platz ne? ja, ein mehr Platz aber das heißt wir könnten hier ach, weil der Scanner raus ist genau ach, da war ja was ich hatte den Scanner rausgenommen weil ich da irgendwas anderes reinbauen wollte was war denn das nochmal? wenn ich das nur wüsste das hier könnten wir bauen schnellere Bergbau-Strahlprozessor bei ressourcenreichen Materialien was haben wir hier? ich weiß nicht komm, wir bauen das mal ein einfach weil was können Ratzefatze eingebaut was? Ratzefatze? wer sagt denn sowas? wer sagt denn bitte sowas? so, ich bräuchte eine Handelsplattform mal weil jetzt jedes Mal nach oben in die Sterne zu düsen um da was zu verkaufen wird irgendwann auch mühselig nein haben wir noch? ja doch, müssen wir haben ja komm, jetzt fliegen wir erstmal dazu den Blauen oder wollen wir die da mal verfolgen komm, ich verfolge die da mal eben komm ich so schnell überhaupt zu denen? jetzt sind sie weg schneller da hinten sind sie ich will mal gucken wo die hinfliegen wirst wahrscheinlich kreisen die ja einfach nur immer rum ne? würde ich jetzt mal von ausgehen warte mal was sind das? ein Handelsposten ach hi siehste man, was für ein Auge sehr gut schwebt hier einfach mal ein Handelsposten rum ja nee bin ich jetzt auf kaufen jetzt bin ich auf kaufen verkaufen so diese Kugel Eisen können wir weg machen Kohlenstoff behalten wir mal wo ist denn der ganze Rest? ist ja noch im Raumschiff können wir nicht jetzt hier aus dem Raumschiff rausverkaufen? da brauche ich so eine Plattform für ne? wo ich das Raumschiff drauf abstelle ach da ist ja auch gar nichts drin im Raumschiff ich dachte wir hätten viel mehr haben ja gar nicht so viel zum verkaufen ich muss erst mal was farmen damit ich es überhaupt verkaufen kann äh ok komm jetzt da hat zwar noch was geblinkt aber ich gehe jetzt trotzdem erst mal da zu diesem blauen diese Wunden Namen wir brauchen noch Namen für die ganzen Sachen die wir hier gefunden haben die Tiere und die Pflanzen die ganzen Steine ach ich meine die waren jetzt auch nicht besonders schön die Steine oh da war eine Höhle Baller, nein, dann haben wir was können. Mein Reich, geschehe. Ähm. Ähm. Nee, das ist die gar nicht. Da. Da ist der Unterschlupf. Boah. Ach, das ist der Unterschlupf. Nee, warte mal, dann gehe ich doch lieber zu dem anderen Ding. Was? Wo war denn das andere? Das war da oben, ne? Ich brauche so ein Ding mit so einer Handelsplattform, wo dann auch mal ab und zu die Aliens landen. Das ist aber auch nicht so ein Ding. Zschschsch. Dann dann doch wieder zum Unterschlupf. Zumindest damit die Anzeige weggeht. Dann müssen wir nochmal nach einem, ähm, Funksignal suchen. Opfer hier irgendwann mal ein Beacon kriegen. Der Beacon wird uns dann sagen, wo intelligent das Leberwesen ist. Vielleicht haben wir auf dem Planeten diesmal auch gar keine, gar, gar nichts, gar nichts, gar keins. Jetzt haben wir, bereits bekannt, jetzt haben wir so viel Planeten gehabt, wo Leberwesen drauf war, dass ich gar nicht damit rechne, dass hier mal kein Leberwesen drauf ist. Und jetzt habe ich das Eisen verkauft, ne? Gratuliere, ne? Wie viel Eisen braucht man für so ein Ding? Ach, zehn und zehn Plutonium. Wo ist ein Plutonium? In die Kiste. So, das sollte reichen. Einmal E, einmal Überbrückungschip. Ah, jetzt langsam weiß man, wie es geht. Und dann scannen, scannen nach Übertragung. Observatorium. Okay, das ist kein Bieten. Das ist das Ding, wo ich gerade rübergeflogen bin. Toll. Was soll ich dazu noch sagen? Und es reicht nicht. Gib mir die da an. Nein, jetzt ist der auch noch alle. Na, wie zu Hause, wenn die Waschmaschine kaputt geht, geht auch der Geschirrspüler kaputt. Aufladen, hier so ein Kanister. Ich balle aber nochmal zwei gleich rein. So, Plutonium. Alter. Da war es aber zackig, Junge. Ich mache mal einen Schuh. So, dann scannen wir eben. Sag mir, wo ich Plutonium finde. Da hinten. Wo denn da? Das ist ein abgestützter Live. Ne, ist ja gar kein Live-Pod. Aber so ein abgestütztes Ding, können wir die auch benennen. Das wäre es ja. Zum Glück nicht. Bereits bekannt. Wann, ich will den Atlas Pass. Gag-Amulett. Schildsplitter. Was ist denn das hier? Das bewegt sich so. Oh, hä? Scannen das mal. Ah. Was ist das? Sieht aus wie so ein... Ach, wie ein Tentakel. Wollte ich gerade sagen. Okay, es gibt also auch Pflanzen, die einen nicht sehr gesonnen sind. Zählt der jetzt als Pflanze oder als Lebewesen? Warte mal. Ne, als Pflanze. Okay, Plutonium. Wir haben noch sonst immer überall Plutonium. Warum nicht hier? Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen dezent doof. Ja. Da vorne ist Plutonium. Oh. Ach, den kennen wir schon. Der war freundlich. Meine ich zumindestens. Ich glaube, der andere war aggressiv. Das kennen wir auch schon, oder? Ja. Oh. Ihr seid neu. Ich dachte, das wären gerade Bienen. Also, geht mal her. Was wollte ich denn überhaupt mit dem Plutonium? Achso, das Raumschiff starten, weil wir zum Observatorium wollten. Na, Großer. Was frisst denn du? Oh. Oh. Bin weg. I'm sorry. Ich dachte, du warst freundlich. Wo ist er denn jetzt? Oh. Oh. Haut der rein? Was ist denn los mit dir? Oh. Jetzt greift er den da an. Temperamenträuber. Okay. Der war doch nicht so freundlich. Guck mal, wie er ihn jagt. Oh. Guck mal, wie er die spawnt ist oder decayed ist. Oh, ein bisschen Stein. Den nehm ich mit. Den nehm ich mir noch mit. Sprache ist immer gut. Ich müsste auch langsam mal das Ding hier wieder aufladen. Guck mal, eigentlich müssen wir das immer erst dann machen, wenn wir fast am Ende sind, ne? Weil dann legt er sich drauf. Das ist auch, sieht ja noch viel interessanter aus als da oben. Sollten wir da vielleicht mal lieber hinfliegen. Zum Unterschlupf. Dieser fetten Satellitenschüssel da drauf. Den haben wir jetzt ja sowieso. Der wird uns ja angezeigt. Zu dem können wir aber noch später. Ich halte das für einen guten Plan. Äh, da. Der hat, hat er ne Landeplattform? Ne, hat er nicht. Und dann gehen wir doch erstmal zum Observatorium. Ach ne, Quatsch. Jetzt, wenn wir hier sind, sind wir hier. Ich fange schon an, hier die Sachen links liegen zu lassen. Jetzt finden wir bestimmt hier das super, mega, hyper item. Siehst du? Alleine, dass wir die hier gefunden haben. Ich hoffe, die sind lieb, weil die sind im Rudel. Zugänglich. Typ exotisch. Was brauchen wir denn jetzt noch? Zwei Stück fehlen uns noch. Zwei Stück noch. Temperatur stabilisiert sich. Na nun, waren wir hier schon mal drinnen? Was ist denn das hier? Gerät interagieren. Seit wann geht denn das? Warum habe ich das nie bemerkt? 161 Units. Können wir hier auch? Okay, man muss echt gucken, mit was man interagieren kann. Das sind immer unterschiedliche Sachen. Aber warum ist denn da nix drinnen? Bis jetzt war da eigentlich immer was drinnen, oder? Das ist der Eingang. Plutonium. Plutonium nehme ich mir jetzt immer mit. Wir können unser Schiff... Achso, unser Schiff ist ja hier. Wir sind ja hinten. Ist abgesperrt, oder? Ne, ist offen. Sie sieht abgesperrt aus. Hier waren wir ja schon mal. Wann waren wir denn hier? Kann ich mir gar nicht dran erinnern. Na denn auf zum Observatorium. Diese Beine da hinten, ne? Das aussieht. Das ist eine richtige Mischung aus allem. Der kleine auch. Die sehen... Tut mir leid, aber die sehen aus wie behindert, irgendwie. Das sieht für mich einfach nicht natürlich aus. Der hier sieht anders aus. Der ist auch anders. Ach. Ist aber auch zugänglich. Ich bin grad einfach nur verwirrt. Wer sich hier so tarnt bei denen, ne? Na, ihr? Ja. 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 Schön, dass du dich freust. Suchst du mir jetzt was? Lebenserhaltungssysteme ergibt. Ah. Ist aber lieb. Was haben wir denn da? Danke. Hihi. Auch wenn du irgendwie matschig am Gesicht aussahst. So, auf zum Observatorium. Irgendwas war niedrig. Lebenserhaltung, glaub ich. Ich guck gleich mal. Wenn wir da oben sind. Nicht zu schnell, Junge. Alter. Was macht mir er für eine Kehrtwende? Okay, das kennen wir schon. So, was war jetzt hier? Lebenserhaltung? Bei 50. Geht doch noch. Ich krieg den Kohlenstoff rein. So. Utilandre Kreuzung. Mach mal auf hier. So, dann hier haben wir uns immer gut. Das man dir immer die Uhrzeit angezeigt bekommt. Das war schon wieder so spät. Na du? Bist der Räuber, ne? Bist du? Du bist... Du bist frech. Wo ist denn der Eingang? Nummer 9. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Ist offen. Ja. Jemand da? Ja. Das nehmen wir. Bereits bekannt. Okay. Hier können wir interagieren. Dann interagieren wir mal. Das Observatorium wurde vor langer Zeit von seinem Aufseher verlassen. Dicke Staubschichten erzählen von jahrelanger Vernachlässigung. Doch die Systeme sind... Das waren jetzt gerade noch online und scannen den Himmel nach so wachsam wie eh und je. Das Signal einer weit entfernten fremden Welt leuchtet auf dem Monitor. Um seine Herkunft zu bestimmen, muss ich nur die richtige Antwort eingeben. Und wir haben die 2 als 1. Das heißt... Das... Okay, und dann haben wir die 1 als 0. Äh... 0, 1... Nee... Äh... Die 1... Äh... Warte mal. Ich bin verwirrt. Die 1 ist ne... Doch, die 1 ist ne 0. Dann müsste die 0 ne 1... Aber die geht's ja gar nicht. Hä? Was ist denn da los? Was hab ich gesagt? Die 1 ist ne 0? Die 9... Sind 2... Die 1 ist ne 0... Die 1 ist ne 0... Die 2... Das ist ne 9... Die 1 ist ne 0... Die 2... Äh... Manchmal... Äh... Äh... Mal sieht man das so auf den ersten Blick und mal sieht man's überhaupt nicht. warte mal jetzt mal ganz in ruhe 2 ja hier das letzte geschafft der ort sorry irgendwie gerade auf dem schlauch gestanden und bitte wo ich verstehe mal nicht er scannt die galaxie ab und findet dann aber irgendwo da 40 minuten weiter eine ruine schweißer nicht wenn er mir jetzt nur rein ruine auf einem anderen planeten anzeigen würde das würde für mich dann wieder sinn ergeben aber so wie das erhebt für mich einfach keinen sinn trotzdem fliegen wir dahin und erforschen die ruine das wäre ja können wir eigentlich auch eine rolle machen nein nicht landen auch mal nur schuldigung schweiß alter wir sind direkt auf seinem kopf gelandet wäre welche aber auch sauer auch kohlenstoff gibt ja wo sind wir denn gelandet Das musst du auch erstmal hinbekommen So Ich wollte eigentlich hier den versuchen Oh mein Gott Es geht immerhin Wo ist denn da eine Ruine? Ach, hinter dem Berg wahrscheinlich Müssen wir mal jetzt kopfüber fliegen Crashen wir dann jetzt auf den Berg rauf Nein Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Irgendwo da hinten Warte mal, aber so Ich wollte gerade sagen, so sehen wir mehr Stimmt aber gar nicht Okay komm, gib mal ein bisschen Gas Wird mir selber irgendwann schwindelig Diese Geräusche Ein bisschen Sorgen machen, wenn mein Raumschiff sich so anhören würde Eine halbe Minute Ist immer so schlimm Jetzt weiß ich, ich muss euch noch eine halbe Minute Irgendwie versuchen voll zu quatschen Statt hier einfach nur stillschweigend da zu sitzen Aber ein kleiner Trick dabei ist ja Wenn man dann irgendwann anfängt Einfach ein bisschen langsamer zu reden Damit die Zeit ein bisschen langsamer vergeht Weil wenn ich jetzt nicht so schnell geredet hätte Müsste ich viel mehr Sätze erzählen So, wir sind da Die alten Ruinen Oh, Alter Ey Ey, mein Ei Ich mich so erschrocken hab Was ist da noch? Ne, das war so ein Ei Alles gut Ich bin ja an sich auch lieb Bin ich nur so erschrocken, dass ich aus Versehen abgedrückt hab Guck mal, er begleitet uns Und da oben ist ein Wissensstein Warte mal, den hole ich mir diesmal zuerst Bevor ich den nachher wieder vergesse Und dann einfach hier Abhaue Können wir eigentlich diese Dinge hier auch? Haben wir schon mal Ähm Ne, da, ne Der ist neu Ist ja auch nicht wirklich neu, ne Haben wir recht oft schon gesehen Vielleicht sollten wir danach wirklich mal so ein Bisschen Was? Du bist neu Äh Wer bist du? Wer bist du? Geh weg Nein Ah, ah, ah Ah, ii Ah Es guckt mich an Ist das tot? Ja Ist das tot? Okay, damit haben wir dann Den vorletzten, ne Fährt nur ein einziges Lebewesen Hier noch Was wir scannen müssten Da ist der Stein Äh Äh Und darauf Ne, daneben Beobachtet Ja, ich fühle mich hier auch sehr Beobachtet Und zwar von Diese Drohne Äh Ist mir grad dein Popo hingehalten Du Sau Alles klar ihr Lieben Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder Bis denn Bye bye Jo, da haben wir ja ordentlich Tiere entdeckt Und Pflanzen auch Bisschen Sprache auch gelernt Und ich Find den Planeten Gar nicht so schlimm Wie ich am Anfang dachte Ich dachte Der wird jetzt so mega krass heiß Aber Das macht uns gar nicht so viel aus Es gibt da glaube ich Aber noch Planeten Die sind ein paar Grad Wärmer Als der hier Bin ja mal gespannt Vielleicht sollten wir wirklich Auch mal einfach so Ein Abstecher Richtung Ganz weit weg machen Aber dafür müssen wir dann Erst mal ein bisschen Den Antrieb glaube ich Aufladen Gucken Vielleicht kriegen wir das ja In der nächsten Runde schon hin Ich glaube zwar nicht Aber ich gebe mir Mühe Alles klar ihr Lieben Dann bis zum nächsten Mal Bye bye